So, da bin ich wieder. Ja, eigentlich müsste ich jetzt ja hier die Speicherbank bergen da hinten. Aber da ist mir eingefallen, ich habe ja vorhin so noch was gesehen gehabt. Und zwar das mit den Aufträgen hier. So, jetzt werde ich mal schauen, ob ich das jetzt einfach so annehmen kann, weil hier ist eine Bergungsmission, die muss ich ja jetzt eh machen. So, ich werde jetzt einfach mal angenommen. Okay, also muss ich die jetzt demnächst mal machen. Dann kann ich hier gleich die Wanderer nehmen. 5000 Energie. Ich nehme einfach mal und sammle an. Auftragslimit ist 4.5, also könnte man. Woher kann ich bestimmt noch eine herstellen. So, herstellen. Ja. Das ist dann schon alles, was man machen kann, scheinbar. Vorerst. Okay. Na gut, da muss ich sagen, gehen wir erst mal den Graben da hinten hin. Soll denn so viel rennen. Mal gucken, wo wir da Blümchen pflücken. Schwarze Karotte, was zu essen ist. Ist das schon ganz schlimm, nicht? Was ist das auch nicht? Ist es nicht schwierig? Das ist ein bisschen übertrieben, oder? Jetzt sind alle Sau auf mich, oder? Eine nach den anderen bitte. Wo ist das denn jetzt? Nein, nein, nein. Hier ist es. Na komm. Jetzt müsste man die irgendwie anlocken können. Die sollen halt mal aufs Moor kommen. Im Zaun geht's noch gut. Okay. Hier lang, hier lang. Ah, der Sack. Hier langsamerne Kombo geben, oder auch eine stärkere Waffe. Hier ist das ein Düdel. Da ist ein Zaun in Ruhe. Okay. Mal gucken, ob ich den Tag geguckt. Ja, Karotte ist okay. Okay. So. Okay, würde ich sagen. Mal eigentlich mal die nächsten anlocken. Okay. Noch macht's der Zaun, ja? Boah, ich stell mal am besten bleiben an zwei Zaun hier hin. So. So. So, und die nächsten bitte. Uah. Langsam, langsam. Hier kommt jeder dran. Mal gucken, oh. Mal gucken, oh. T ma, komm da rein. Jetzt macht's der Zaun langsam, ja. Und wie viele sind denn da noch hin? No. Oh. Ah. Guck mal, zu dem Zaun. so hier können wir dann das ist aber die energie um auftrag aber da oben sind ja auch welche ja so königreich wenn der fette klingel ja komm ruhig so müssen wir welche holen gehen immer noch so viele wahnsinn rennt ohnehin noch rum was ist denn jetzt die das ist ein bisschen Ich bin jetzt einfach hier. Warte, jetzt hätte ich mir am besten gerne mal einen Zaun hier hinstellen. Ja. Also sehr schlecht. Alter Verwalter. Das mutt kein Ende hier. Das war's. So. I love it. Oh, ist das Loch so hoch. Oh, man hat es geracht. Oh, jetzt wird es langsam langweilig. Oh, zu Ende. Oh, die kommen jetzt auch. Wollen wir nur noch da hinten drinnen? Ich hoffe, jetzt die oben sind runtergefallen oder irgendwie. Da ist die oben jetzt noch. Das ist bei mir, ich weiß da noch. Also haben die Zäune schon Sinn? So, naja, das kann jetzt nicht so dauern. Ich möchte sie die Mission beenden. Und ich denke, dass es diese komische Energie ist, die ich dann später noch für den Nebel brauche. Also wie die, wie die Lüfter. Deswegen nehmen wir das mal über alles mit. Ich sehe, dass wir dann dumm dastehen. Auf jeden Fall muss ich mein Stöckchen nochmal rüberlangen. Nur noch 44%. Bin eh gespannt, wann ich hier den nächsten, die nächste Waffe mal machen kann. Die Bogen wäre nicht schlecht. Oh je. So, jetzt machen wir noch. Dann würde ich sagen, gehen wir uns erst mal die Speicherbahn holen. Mal, das wird ja mit der Zeit hier langweilig. Da war noch einer. Da war noch einer. Der ist ohne da. Ich dachte, ich habe alle. Los jetzt. Hier bin ich. Oh nein, ist noch einer. Das gibt es doch nicht. Meine Güte. Das ist halt immer noch nicht mehr. Das ist ein Kollege hier. Das ist ein Kollege hier. Na ja, Hunger und Durst ist auch schon wieder schlecht aus. Eins, zwei. Vielleicht kann ich ja hier hoch springen. Vielleicht. Hier machen wir. Das muss in office hin. Turner singen. Ich habe aber mit 8io hochgesetzt. Ne, ich bin hier. Ich bin da einfach so. Ich bin bist bspwarten. ich hoffe hier oben herrschte jetzt wohl ok das schaut gut aus was ist das mein Zaun ist gerade diespawn prima sehr toll so ne maschbaundes mit was ich mitten im Kamm Edelstahl. Schau an. Was haupt der denn schon mit da unten? So, sonst? Nix. Na komm. Data acquired from memory board. I will analyze it. Return to base camp. Wow. So, ich muss noch mal flutzen. Dreckiges Wassersaufen. So, Essen. Ja, hilft alles nix. Muss ich dann auf jeden Fall mich ersporen. Um Essen kümmern. So, jetzt haben wir hier Zwick-Kollegen noch an der Backe. Drei sind's. Na nu. Ah. Nee. Das ist eine Kacksteuerung. Können wir sie einfach loslassen? So, wir kriegen euch drei jetzt hier vor. Okay. Ja. Ja. Ich muss ja noch mehr haben. Meine Güte. Ja. Ja. Ich komme. Ja. Ich muss mich noch umschauen. Ich muss mich noch umschauen. Oh mein Gott, ja. Bisschen überdrücken hier. Und dann müssten meine 30 Wanderer das ich auch nicht bald zusammen haben. Na gut. Oh, okay. ich komme ein bisschen näher auf Wiedersehen so, den ganz drüben hole ich mir gleich schauen wir mal, ob er hier noch mehr rumsteht oh, es ist doch nicht normal ein Stückchen gleich kaputt so eingemacher so, ich hoffe, das ist nochmal der letzte so reicht langsam also wenn sie jetzt hier mal wieder neue spawnen muss ich ja doch mal einen Rücktritt antreten so, ich nehme nochmal eine Runde okay hier rüber springen es scheint doch nix zu geben hier was haben wir denn im okay den werde ich jetzt noch schnell looten und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der in der Base wieder bis dahin das ist dann bis dann Vielen Dank.